Hallo und herzlich willkommen zum Review von The Suicide Squad. Wir waren heute Abend in der Premiere und jetzt möchte ich euch natürlich erstmal ein bisschen über diesen Film erzählen. Wir kennen natürlich alle den Vorgängerfilm Suicide Squad aus dem Jahr 2016. Der Star von diesem Film ist wie immer Margot Robbie bzw. Harley Quinn. Sie hat sich seit dem Film in all unsere Herzen gespielt, hat danach noch Birds of Prey als Harley Quinn gespielt und naja, wie gesagt, was man alles so über diese Filme hält, ist alles Geschmackssache. Den meisten hat es natürlich nicht gefallen, beide Filme nicht. Also erstens Suicide Squad, ein sehr, sehr komischer Film, aber Harley Quinn war super. Dann Birds of Prey, nachdem Joker als Ultrafilm rauskam, natürlich auch nicht mehr so überzeugend. Aber jedes Mal war Harley Quinn dabei, jedes Mal hat sie Margot Robbie gespielt und jedes Mal fand ich sie unwerfend. Nicht nur vom Aussehen her, wie die meisten Menschen es wahrscheinlich machen, sondern auch einfach von ihrer Rolle her. Und das hat sie in The Suicide Squad, jetzt im Jahr 2021, auch wieder absolut super performt. Sie spielt Harley Quinn und wie Harley Quinn halt so ist, wie wir sie alle kennen, ist sie natürlich vollkommen verrückt. Und das zeigt sie in diesen Filmen eine Milliarde Mal. Also wirklich eine Milliarde Mal. Sie rennt einfach irgendwo hin, macht ganz verrückte Sachen. Ab und zu gibt es dann plötzlich Blutszenen, vielleicht wollten sie den Film dann halt ab 16. statt ab 18 machen. Aber auf jeden Fall hat man gemerkt, dass sie eine Schraube locker hat. Sie stützt mehrere Menschen auf und da fällt nicht nur Blut raus, sondern auch plötzlich werden irgendwelche Blumen und Rosen verstreut, was halt so in Harleys Kopf abgeht. Naja, aber wir sind mal zurück auf diesen Film zurückzukommen. Der Film ist sehr, sehr brutal, sehr, sehr lustig und man merkt absolut, dass der Film von dem Macher von Guardians of the Galaxy gemacht worden ist. Weil dieser Film überzeugt mich auf jeden Fall komplett. Und wie gesagt, ich war gerade mit Vito da und er meinte, und er ist sehr, sehr kritisch bei ganz vielen Filmen. Wie gesagt, Infinity War hat er gefühlt nur zwei von fünf Sternen gegeben. Aber wir sind eben aus dem Kino rausgegangen und er war vollends begeistert von dem Film. Weil einfach diese stumpfe Brutalität, ganz viele Witze, dann jemand wie Margot Robbie, die ihre Harley Quinn verrückt und super spielt. So Leute wie Idris Elba natürlich auch. Der einfach nur als cooler Typ in der Ecke steht und die ganze Zeit nur, äh, äh, oh, äh, macht. Vollkommen überzeugend. Kann er in jedem Film spielen, kann ich ihn einfach in die Ecke stellen, er kann immer da grimmig gucken und ein bisschen rumkrummeln. Hat absolut gereicht. Super Rolle gespielt. Auch John Cena, der lebt sich jetzt da in dem Filmbusiness so ein. Er macht das jetzt schon mehrere Jahre, ist ein bisschen mehr weggegangen von dem Wrestling und immer mehr in dieses Filmgenre rein. Auch seine Rolle war vollkommen in Ordnung. Und auch alle anderen, wie gesagt, ultra lustig. Auch der Hai, wie gesagt, mein absoluter Liebling neben Harley Quinn in diesem Film. Der Hai hat's absolut rausgerissen. Er war jedes Mal dumm und niedlich und süß und hat gefragt, ob er den fressen darf und ob er das fressen darf. Und solche Aktionen gingen einfach mitten in irgendwelchen Action-Szenen ab. Also die haben sich da durchgekämpft und kurz vorm Sterben alle und er guckt dann einfach in den Toten an, den er gerade erledigt hat. Kann ich den fressen? Das ist absolut, absolut spitzen Film. Sehr, sehr lustig gemacht. Wie, wie gesagt, Guardians of the Galaxy genauso. Immer mal schön lustige Szenen rein, ab und zu ein bisschen spannende Szenen. Dann ganz viel Action, was mit lustig und spannend gemischt war. Sehr viele Explosionen. Alles Mögliche. Also ich kann nur sagen, The Suicide Squad ist auf jeden Fall um vielfaches besser als der damalige Suicide Squad. Und wie gesagt, Harley Quinn, absoluten Spitzenklasse. Er hat so überzeugt mit ihrer verrückten Rolle. Er hat mittendrin plötzlich irgendwelche Liebesszenen, aber wird dann wieder komplett crazy und so weiter und so fort. Also den Film kann ich jedem nur empfehlen. Der ansatzweise den alten Film gut fand, der wird diesen Film grandios finden. Wie gesagt, das ist wirklich ein Spitzenfilm gewesen für das, was er sein sollte. Er kommt natürlich nicht an diese Urklasse von Guardians of the Galaxy dran. Also so von diesem Typ her ist er schon. Er hat auch, wie gesagt, viele lustige Szenen und so weiter und so fort. Aber es ist halt kein Guardians of the Galaxy. Aber für den DC-Film und für The Suicide Squad ist er absolute Spitzenklasse. Wirklich einer der besten Filme in letzter Zeit, die ich so in der DC-Richtung gesehen habe. Auch wie gesagt, DC in der Richtung, dass sie sich mal nicht ernst nehmen. Weil sonst nimmt sich DC ja natürlich viel zu ernst. Finde ich auf jeden Fall. Marvel zeigt es gut vor. Das sind gute Filme, gute Actionfilme. Aber es ist sehr, sehr viel Comedy auch mit darin und das gefällt mir auch so. Und bei DC sind es immer diese düsteren, bösen Filme. Man muss halt drauf stehen. Und das hier ist mal von DC ein Film Richtung Marvel. Wie gesagt, Richtung Guardians of the Galaxy. Und das hat mir absolut bei diesem Film gefallen. Das wäre es mir einmal mega mit dem Video gewesen. Ich habe euch natürlich nichts von dem Inhalt erzählt. Geht selber in den Film rein. Wir haben gerade Mittwochabend. Also so gesehen noch einen Tag vor Release. Geht in die Kinos. Und wenn ihr drin wart, schreibt ihn gerne in die Kommentare, wie ihr den Film gefunden habt. Und wenn ihr ihn genauso gut fandet wie wir, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Und für das Review, wenn es euch gefallen hat, gerne auch. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein bis dann und ciao.